Hallo, ich bin's wieder, Niki Ochsenhofer von Remax Prime. Freut mich, dass ihr wieder mal vorbeischaut. Ich habe heute eine Eigentumswohnung im 12. Bezirk für euch. Die Wohnung hat 88 Quadratmeter, liegt im zweiten Liftstock, ist wirklich sehr schön aufgeteilt. Man hat einen Vorraum, einen Gang, eine Wohn-Küch-Kombination, von der man auch zu einem Balkon gehen kann, der hat 3,5 Quadratmeter. Wir haben einen Abstellraum, zwei gleichgroße Zimmer, ein hochwertiges Badezimmer und die Öffi-Anbindung ist ganz fein. Man ist in drei Stationen, U4 Margaretengürtel beim Karsplatz. Die 6er BIM, die 18er BIM und die 59 A fahren gleich in der Nähe weg. Also die Öffi-Anbindung ist auch super. Falls ihr Interesse habt, kommt einfach zu unserem Open House am 08.5. Wenn ihr Fragen habt, ruft es an oder schreibt es mir eine Mail. Euer Niki Ochsenhofer. Bis bald und ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020